Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 30. Januar 2022. Diese Meldung wird dem einen oder anderen vielleicht ein wenig unglaubwürdig erscheinen. Angeblich wurden im nördlichen Teil von Island Zentauren gesichtet. Seht euch dieses Foto an. Die Zentauren ziehen in Scharen einen Berg hinauf. An dem Augenzeugenbericht von Hund bestehen allerdings Zweifel. Die Polizei hält das Foto für nachbearbeitet. Hoffentlich will uns Hund nicht veräppeln. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Gibt es denn nichts Interessanteres? Das nimmt man dann wohl ein Wunder. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Junge Yellow. Der 30. Januar war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten. Enjoy.